Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal NANI etwas, wie soll ich sagen, was Sinnvolles. Nämlich manche haben ja das Problem, wenn sie jemanden anrufen wollen. Aber man will nicht, dass derjenige oder diejenige eure Nummer sieht. Dieses Problem kann man nämlich ganz einfach lösen, indem man einfach seine Rufnummer anonym stellt. Dann sieht der andere es nicht. Und das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Also ihr geht natürlich erstmal auf Einstellungen. Dann geht ihr runter. Bis ihr unten angekommen seid auf Telefon, hier in der Mitte. Da müsst ihr dann raufdrücken. Und jetzt seht ihr natürlich meine Nummer. Die werde ich natürlich ausblenden. Ich will ja nicht, dass ihr mich anruft. Und diese ist halt auch sehr versteckt hier. Man findet es nicht so leicht. Man steht eben hier unten, meine Anrufer-ID senden. Da geht ihr rauf. Und das muss eben, das darf nicht grün sein. Wenn es grün ist, dann wird sie gesendet. Also dann sieht der andere es. Es muss grau sein. Also der Hebel muss unten sein. Dann wird eure Anrufer-ID nicht gesendet. Also der andere, also der andere Anrufsteilnehmer wird dann nicht, ähm... Blablabla, wird dann nicht eure Nummer sehen. So. Hm. Das war's eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Bis zum nächsten Video. Und... Tell me pretty lies, put me in the face Tell me that you love me, even if it's fake